Da, da. Sein Finger hat sich bewegt. Finger? Was für ein Finger? Welcher Finger hat sich bewegt, Tristan? Der Kleine, glaube ich. Sehen Sie doch da. Schon wieder. An welcher Hand? Und langsam, Schwester Blender. Lassen Sie Schwester Anne. Sie erlebt das zum ersten Mal. Da ist man immer ein wenig nervös. Ja, Doktor. Da. Schon wieder. Der kleine Finger an der linken Hand. Ah, ja. Ja, ich glaube, Sie haben recht. Die andere Hand bewegt sich auch. Unglaublich. Schwester Anne, was wir mit unseren eigenen Augen sehen können, kann überhaupt nicht unglaublich sein. Wenn wir es sehen, dann müssen wir es glauben. Aber er war doch noch vor ein paar Minuten. Still jetzt. Wir müssen vorsichtig sein. Ich glaube, er kommt zu sich. Wird auch Zeit. Bitte. Bitte. Lassen Sie es Ihnen selbst machen. Wo? Ah, Spracherwerb. So schnell. Ausgezeichnet. Wo? Sie befinden sich in einem Krankenhausbett, Sir. Bitte bleiben Sie einfach liegen und versuchen Sie, sich zu sammeln. Was? Ich? Krankenhaus? Ich bin Dr. Dell. Wie fühlen Sie sich? Ich... Ich... Haben Sie Schmerzen? Schmerzen? Ja, Kopfschmerzen vielleicht. Kopf... Nein. Übelkeit? Ü... Nein. Ihnen fehlt also nichts? Nein. Nein. Ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet. Ich erinnere mich nicht. Was ist... passiert? Sie waren von uns gegangen. Sie hatten uns verlassen. Leider. Für eine gewisse Zeit. Ver...lassen? Ja, verlassen. Ich... Ich verstehe nicht. Nun, zu... Allem Anschein nach waren Sie... tot. Kommen Sie rein. Oh, wie ich sehe, sind Sie schon wieder auf den Beinen. Ja, ich bin zwar noch ein bisschen steif, aber ich war es leid, hier im Bett rumzugammeln. Ausgezeichnet. Sehr gutes Zeichen. Wie fühlen Sie sich jetzt? Wie ich mich fühle? Kaputt. Ist ja schlagen, irgendwie im Arsch. Außerdem habe ich hier so ein paar komische Verbrennungen und Quetschungen, weiße Teufel. Ach, die sind völlig ohne Bedeutung. Kein Grund zur Sorge. Vergessen Sie es einfach. Und mein Kopf? Was ist mit Ihrem Kopf? Sie haben ihn rasiert. Ja, das gehört zur Methode, Sir. Nichts, was Sie beunruhigen müsste. Ich kapiere mal noch nicht. Also, Sie werden hier eine Zeit lang in diesem Zimmer wohnen. Es ist leider nicht sehr gemütlich, aber dafür gibt es gute Gründe. Doktor, was ist passiert? Was ist hier eigentlich los? Nun, wir nennen diesen Prozess Revival. Als man die Methode entwickelt hatte, bestanden die Medien darauf, von Auferstehung zu sprechen. Aber das schien uns zu melodramatisch. Moment mal, was reden Sie denn da? Methode, Prozess. Ich habe noch nie von dieser Methode gehört. Ja, das ist nicht weiter verwunderlich. Wieso? Seit wann gibt es denn diese verdammte Methode? Wann hat man sie erfunden? Im Herbst 96. 96? 96, was? 1996, natürlich. Was, was, Doktorchen? Sie sind ein Scherz, geht's? Ich weiß, was Sie jetzt denken. Ach, tatsächlich, das wissen Sie. Na, dann passen Sie mal auf, ich sage es Ihnen trotzdem. Ich denke nämlich, dass Sie mich verarschen wollen. Ich bin doch nicht verrückt. Wir haben 1990. Nein, Sir, bedauere. Wir schreiben das Jahr 2000. 2000, was? Dass ich nicht lache. Ach, du heilige Scheiße, Halleluja. Nun beruhigen Sie sich doch. Ich soll mich beruhigen? Ja. Das sagen Sie mir, Sie. Sie brauchen dann selber einen Arzt. Oder schicken Sie mir einen anderen. Schicken Sie mir mal Ihren Schiff. Das muss man mir zweimal sagen, das mit dem Jahr 2000, bevor Sie weiter an mir rumdoktern. Oder sind wir ja alle in der Irrenanstalt. Sagen Sie mir Ihren Namen, Sir. Mein Name. Was hat mein Name mit dem verdammten Jahr zu tun? Sagen Sie mir, wie Sie heißen. Und nennen Sie mir Ihr Geburtsdatum. Okay, okay, mein Name. Mein Name. Ganz wie Sie wollen. Moment mal. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Ich heiße... Mal sehen Sie. Während des Revolve-Prozesses wird das Gedächtnis gelöscht. Nur phasenweise. Versteht Sie ich? Palmer. Das Gedächtnis oder große Teile davon strömt dann wieder, ja, man könnte sagen, es flutet wieder zurück. Potter. Doch in den meisten Fällen dauert es eine Zeit, bis die letzten fünf oder zehn Jahre ins Gedächtnis zurückkehren. Und die jüngsten Ereignisse sind die letzten, die Sie... Potter. Ich heiße Potter. Richtig, Mr. Potter. Ausgezeichnet. Wie ich schon sagte, der Gedächtnisverlust ist zeitlich begrenzt. Bob. Mike Potter. Robert S. Potter. Mit der richtigen Verhandlung fällt Ihnen bald wieder alles ein. Dafür werde ich mit den Schwestern schon sorgen. Ich bin im Mittelwesten aufgewachsen. In Kalifornien zur Schule gegangen. Mit 23 habe ich geheiratet. Ja, plagen Sie sich doch nicht ab. Es fällt Ihnen bald wieder ein. Ganz von allein. Aber Sie wissen es doch. Was sagen? Na, wie meine Frau heißt. Ja, Mr. Potter, ich weiß es. Aber... Na, dann sagen Sie es doch, verdammt noch mal. Ich bedauere, das kann ich nicht, Mr. Potter. Soll das heißen, Sie können es nicht? Bitte vertrauen Sie mir. Ihnen vertrauen? Einem Arzt vertrauen, der mir vom Jahr 2000 erzählt. Mr. Plus jetzt! Klären Sie mich nicht länger, Sie verdammter Quacksalber. Nun sagen Sie mir endlich, wie meine Frau heißt. Na, jetzt bald. Ich will es wissen. Ich kann nicht, Mr. Potter. Unsere Forschungen haben ergeben, dass das Gedächtnis nur dann zurückkehrt, wenn der Patient selbst es allmählich entwickelt. Glauben Sie mir, es ist der einzige Weg. Allmählich entwickelt. Genau. Wir müssen abwarten, dass Ihre Erinnerungen zurückkehren. Und Schwester Anne oder Schwester Brenda werden bei Ihnen sein und Ihnen bestätigen, dass Sie sich richtig erinnern. Wie soll das heißen, ich muss mich erinnern und Sie und die Schwestern, Sie wissen schon alles und sagen es mir nicht? Das ist richtig. Ich muss raten und Sie sagen bloß, ob es richtig oder falsch ist? Das ist ja wie ein Quiz. Ein gottverdammtes Quiz. Ich kann es so nennen wollen. Aber glauben Sie mir, es ist das Beste für Sie. Ja. Das Beste für mich. Da muss ich aber lachen. Und dann können Sie mir also auch nichts sagen, wie... Wie was, Mr. Potter? Wie ich gestorben bin? Leider nein, Sir. Nicht, bis Sie sich selbst daran erinnern. Das ist barbarisch. Unmenschlich ist das. Herein. Ah, Schwester Anne. Wieso ist denn eigentlich die Tür von außen abgeschlossen? Ach, eine reine Vorsichtsmaßnahme, Mr. Potter. Wir haben unsere Erfahrungen. Patienten in Ihrem Zustand sind häufig sehr erregt, wenn die Erinnerungen über Sie hereinbrechen. Aber das muss bei Ihnen ja nicht der Fall sein. Was meinen Sie, Schwester Anne? Ich bin ganz Ihrer Ansicht, Herr Doktor. Mr. Potter macht wirklich erstaunliche Fortschritte. Mr. Potter, Schwester Anne und Schwester Brenda waren dabei, als Sie zurückgekommen sind. Ich erinnere mich. Schwester Anne. Hübscher Name für ein hübsches Kind. Ja, also wir drei sind eine Art Team. Wir werden Ihnen helfen über die nächsten Tage. Schwester Anne kann mir immer helfen. Dankeschön, Mr. Potter. Bitteschön, Schwesterchen. Gern geschehen. Und Sie können auch gleich was für mich tun. Anne, sagen Sie mir einfach, ohne dass der gute Doktor hier Ihnen was flüstert, welches Jahr wir haben. Hier und jetzt. Hier und jetzt? Wie meinen Sie das? Na, wie ich es gesagt habe. Hier und jetzt. Na los, spucken Sie es aus. Sagen Sie mir das verdammte Datum von heute. Nun, heute ist Donnerstag, der 6. Oktober 2000, Mr. Potter. Na, was habe ich mir denken können. Der Doktor hat seinem Team ein paar hübsche kleine Tricks beigebracht. Mr. Potter, ich weiß, Sie haben eine sehr verstörende Erfahrung gemacht, aber wir sagen Ihnen wirklich die Wahrheit. Dann beweisen Sie es. Beweisen? Ja, beweisen. Zeigen Sie mir eine Zeitung. Lassen Sie mich fernsehen oder jemand anrufen. Ja, das können wir leider nicht, Mr. Potter. Es würde den Prozess unterbrechen. Ach so, den Prozess. Na klar. Verdammte Scheiße. Ich will endlich wissen, was mit mir los ist. Und zwar plötzlich. Na gut. Ich denke, ich kann Ihnen in diesem Punkt helfen. Bestimmt trauen Sie Ihren eigenen Augen. Schwester Anne, den Spiegel bitte. Hier ist der Doktor. Danke. Nun, Mr. Potter, haben Sie sich inzwischen an Ihren Geburtstag erinnert? Nee, habe ich nicht. Moment, warten Sie. Ja, mein Geburtstag ist der 2.10.1965. Das ist korrekt. Ja, prima. Nun, wie alt sind Sie also? Sehr witzig, Doc. 25. Bedaufe, Sir, Sie waren 1990, 25. Sie sind in diesem Jahr 35 geworden. Jetzt halten Sie mal die Luft an. Hier ist der Spiegel, Mr. Potter. Wenn Sie es nicht glauben wollen... Schau schon her! Oh, verdammt, verdammt. Wer ist denn das, heilige Scheiße? Es gibt so lange... Es tut mir leid, Sir. Aber Sie hätten uns glauben sollen. Das Ganze ist eine Lüge. Eine verdammte Scheißlüge. Das ist Make-up, irgendein Spezialeffekt. Reiben Sie sich durchs Gesicht, Mr. Potter. Kneifen Sie sich in die Wange, kratzen Sie sich am Kinn. Sie sind es, Sie selbst. Ein bisschen älter geworden im Jahr 2000. Aber nehmen Sie es nicht so tragisch. Man wird halt nicht jünger. Ja, ja, das ist richtig, Mr. Potter. Und 1987 habe ich dann Christine Malloy geheiratet. Auch das ist richtig. Und unser erstes Kind war... Äh, ein Junge. Das ist... Pold. Richtig. Ein Jahr später kam das zweite Kind zur Welt. Diesmal ein Mädchen, Pamela. Ja, genau. Juhu! Mit Ihnen schaffe ich es. Anne! Schwesterchen, lass dich umein. Aber nicht doch, Mr. Potter. Warum denn nicht? Wir haben doch schließlich was zu feiern. Ich kann mich wieder erinnern und du hilfst mir dabei. Sie... Sie bringen mich aber in Verlegenheit. Ach, was? Tatsächlich? Keine Absicht. Tut mir leid. Ist schon in Ordnung. Gehen Sie nur wieder in Ihr Bett zurück, ja? Okay, okay. Ich kann nichts dafür. Es sprudelt förmlich aus mir heraus. Ich hätte Ihnen nicht um den Hals fallen dürfen. Kommt nicht wieder vor, okay? Es sei denn... Sie bitten mich drum. Bitte, lassen Sie uns fortfahren, Mr. Potter. Es klappt doch. Sie machen Ihre Sache gut. Besonders nachdem... Nachdem was? Nach allem, was Sie durchgemacht haben. Anne? Was ist denn, Mr. Potter? Anne, bitte weichen Sie mir nicht aus. Bitte kommen Sie doch mal zu mir. Nein, ich sitze hier sehr gut, danke. Aber auf dem Bett ist es viel gemütlicher. Kommen Sie schon. Sagen Sie mir... Was wird hier gespielt? Sie mögen mich doch, oder etwa nicht? Ich... Ich kann nicht, Mr. Potter. Aber Sie wollen doch, oder? Ja, schon. Ach, das heißt... Nein. Nein, ich will nicht. Sind Sie schon lange hier? Hier? Fast drei Jahre. Die ganze Zeit bei dieser Therapie, diesem Revival-Dings. Nein, nein. Nein, das mache ich erst seit kurzem. Vorher war ich in der Waschküche. In der Waschküche? Das heißt, während ich auf der Schule war, in der Schwesternschule, Teilzeitarbeit. Verstehen Sie? Nein. Sehen Sie, wir dürfen hier nicht über uns selbst sprechen. Wir kriegen sonst Ärger. Wir sollen Ihnen nur zuhören... Ja, schon. Ich wollte Ihnen keinen Ärger machen. Es ist nur so viel einfacher, mit Ihnen zu reden, als mit der anderen. Schwester Brenda? Ja. Irgendwie habe ich den Eindruck, sie interessiert sich nicht besonders für mich. Nicht so wie Sie. Schwester Brenda hat mehr Erfahrung. Sie macht die Revival-Therapie schon viel länger als ich. Sie sind aber viel hübscher als Sie. Sie sollten sowas nicht sagen, Mr. Potter. Warum nicht? Ist die Wahrheit, Anne. Haben Sie einen Freund? Einen Freund? Wie sollte ich? Nein, habe ich nicht. Sehen Sie, ich habe Ihnen doch gesagt, wir dürfen nicht. Alles in Ordnung bei Ihnen? Sicher, alles in Ordnung. Na, wie geht es denn unserem Gedächtnis, Mr. Potter? Kommt's? Hm, es kommt. Na, es wird doch langsam Zeit. Schwester Anne, ich übernehme jetzt. Lösen Sie mich in zwei Stunden wieder ab. Ja, Schwester Brenda. Bis später, Schwesterchen. Und vergiss deinen guten alten Potter nicht. Bestimmt nicht, Mr. Potter. An Ihrer Stelle würde ich mir die Idee, die Sie da haben, aus dem Kopf schlagen, Bürschchen. Finger weg von Schwester Anne. Puh, warum sollte ich? Wollen Sie mir etwas verbieten, Sie Schreckschraube? Lassen Sie es, Potter. Es führt zu nichts. Und Anne ist nicht so lamfromm, wie sie aussieht. Ja, das hoffe ich doch. Ach, halten Sie den Mund. Sie haben noch keine Ahnung. Wie könnten Sie auch... Ja, wie könnte ich in dieser Klapsmühle hier. Aber Sie, wissen Sie, was Sie mich können? Halt's, Maul, Potter. Und jetzt reißen Sie sich zusammen. Wir sind hier, um zu arbeiten. Wir waren stehen geblieben bei Ihrer Frau und den Kindern. Wie ging's weiter? Wie ging's weiter? Wie ging's weiter? Scheiße ging's. Und wir kauften ein Haus in der Elm Street, Nummer 12. Aber bald gab's Probleme, Eheprobleme. Ah, unser Patient hält sich fit. Ausgezeichnet. Dann was muss man hier tun in diesem Gefängnis? Na, na, Mr. Potter, wir not dengleich. Alles dient hier nur Ihrer Genesung. Und Ihr Verlangen nach körperlicher Ertüchtigung ist ein sehr gutes Zeichen. Nach der Scheidung bin ich in mein Fitnesscenter gegangen. Drei Mal die Woche, glaube ich. Tanteltraining, Gewichtheben, Ertüchtigung. Sie sagen es. Bald bin ich wieder in Topform. Rechts hoch, rechts hoch. Wo wir gerade bei körperlicher Ertüchtigung sind, Doktor, es wäre bestimmt die beste Therapie für mich, wenn ich mehr Zeit mit Schwester Anne verbringen könnte und weniger mit Schwester Schreck schraube. Was meinen Sie damit? Ich meine, ich würde viel bessere Fortschritte machen, wenn Schwester Anne und ich mehr zusammen wären. Hier in diesem intimen Raum, kapiert? Ja, 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 verstehe, verstehe. Ein weiteres gutes Zeichen, ja. Aber leider komplett unmöglich. Aber warum denn? Die Hausordnung unserer Einrichtung verbietet solche Dinge. Ja, fabelhaft. Und? Schreibt die Hausordnung Ihrer verdammten Einrichtung etwa auch vor, dass ich mich nur in diesem verdammten Raum hier aufhalten darf? In der Tat, leider ja. Wir befinden uns in der Revival-Abteilung. Wir müssen die Patienten getrennt halten. Ich kann nicht mal irgendwelchen Besuch empfangen? Nur Ihr lausiges Dreierteam? Ich habe Ihnen doch erklärt, Mr. Potter, der Revival-Prozess darf nicht durch äußere, gedächtnisstimulierende Einwirkungen gestört werden. Ich rede nicht über Störung, Doc. Ich will, dass es verdammt nochmal schneller geht. Ich bin schon fast eine Woche hier und ich habe noch mit niemandem, den ich kenne, gesprochen. Keine Zeitung gelesen. Nicht mal die verfluchten Nachrichten oder sonst was gesehen. Es gibt doch noch Fernsehen in Ihrem Jahr 2000. Oder haben Sie das etwa auch abgeschafft? Sehr verständlich gibt es Fernsehen, aber bitte, Sie müssen mich verstehen. Das menschliche Gedächtnis, die ganze Psyche, ist eine höchst sensible Sache. Stellen Sie sich ein Kartenhaus vor. Wenn es einmal in sich zusammenfällt, muss es mit höchster Sorgfalt wieder aufgebaut werden. Eine Karte nach der anderen. Und bei mir ist das Häuschen eingekracht, ne? Wie ich schon sagte, Sie hatten uns verlassen. Und nun braucht es Zeit und Vorsicht und Geduld. Oh, fabelhaft. Doc, wirklich fabelhaft. Ja, ich weiß Ihre verdammte Sorge zu schützen. Ihre Scheißsorge um meine Psyche. Aber im Moment sind meine Psyche und ich gelangereilt bis auf die Knochen. Wir brauchen, wie, ein bisschen Action. Am allerbesten mit Schwester N. Glauben Sie mir, Mr. Potter, Sie machen bessere Fortschritte als die meisten Leute, die das Revival durchmachen. Noch ein paar Tage. Und dann, da bin ich ganz sicher, wird Ihr Gedächtnis Sie wieder auf den neuesten Stand bringen. Ich kann es kaum erwarten. Das ist doch einfach ungerecht. Das ist keine Frage von Gerechtigkeit. Und wenn doch, dann hättest du bestimmt kein einziges Wort hier hinzureden. Aber er scheint doch so sympathisch und... Und klar ist er sympathisch. Ein netter Bursche. Der ideale Partner für den Abschlussball. Bis er sich erinnert. Ich weiß doch, ja, ich weiß, aber es ist nur so, dass... Sie sollen sich doch nicht laut unterhalten, wenn Sie über die Flure gehen. Die Patienten würden Sie hören. Entschuldigen Sie bitte, Herr Doktor. Was gibt es denn? Nichts, Herr Doktor. Es ist gar nichts wirklich. Sie ist verknallt in Potter. Das stimmt nicht. Sie wissen doch, dass... Na, 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 Schwester. Die beiden haben geflachtet. Ich habe sie gehört. Brenda, Sie haben gelauscht. Das sollten Sie bleiben lassen. Ich bin sicher, dass Schwester N... Na, und? Was wäre, wenn es wahr wäre? Was erwarten Sie denn von mir? Ich bin 22. Ich bin hier, seit ich 19 bin. Und er ist der erste attraktive Mann, denn ich... Schwester N, Sie vergessen sich. Muss ich Sie erinnern, warum Sie hier sind? Nein, Sir. Entschuldigen Sie. Sie kennen doch die Bestimmungen. Ja, Sir. Und Sie kannten sie auch, als Sie unterschrieben haben, nicht? Natürlich, wenn du deinen alten Job zurückfühlst. Brenda, das reicht. Ich will nichts mehr hören. Ihr Wohlsein. Jeder von uns hat seinen Job zu machen. Diesen Job hier und keinen anderen. Ich will, dass immer einer von euch beiden bei ihm ist, um die Sache ordnungsgemäß auszuführen. Habe ich mich jetzt klar genug ausgeduldet? Ja, Sir. Also. Für die Woche warten Sie. Los an die Arbeit. In Ordnung, ich gehe schon. Nein, ich bin dran. Sie lösen mich in zwei Stunden ab. Ein Gottverdammter Job. Nein. Na, wir wollen mal sehen, was der Computer sagt. Vielleicht gibt es ja irgendwas Neues. Die Jungs von der Planung. Na, verdammt. Darüber werde ich wohl zurückrufen müssen. Was ist denn da schon wieder? Ewig besetzt. Die Segnungen der Digitaltechnik. Das sind doch lausige Apparate. Die alten Dinger vor 20 Jahren, wo man auch richtig in der Scheibe drehen konnte. Die funktionierten wenigstens. Ah, Planung. Na, endlich. Hier ist Dr. Dell. Ja, ich beantworte Ihren Ruf. Warum lassen Sie sich denn keinen Nebenanschluss legen? Ich habe x-mal versucht. Ja, ja. Ja, ich weiß, dass Sie viel zu tun haben. Aber ich, ich, ich habe auch sehr viel zu tun. Also, warum? Gut, gut, ja. Sehen Sie, ich habe hier einen Potter. Rob, nein. Nein, Potter, ich buchstabiere es Ihnen. P-O-T-T-E-R. Richtig. Potter. Robert S. Ja, genau der. Er müsste morgen soweit sein. Sieben Uhr früh? Nein. Ich denke, er wird nicht vor elf, ja, elf Uhr vormittags. Ja. Ja, das müsste ich nachholen. Da hat er ja noch Zeit für ein kräftigendes Frühstück. Wie? Na ja, er meint, er kann es kaum abwarten. Na ja, wenn man nicht mal drüber lachen kann. Genau. Nein, zwei müssten reichen. Zwei kräftige. In Ordnung. Also morgen. Alles klar. Und dafür hat man nun Medizin studiert. Und nachdem Sie Ihren Job verloren haben, was war dann? Müsst du nicht Anne langsam wieder an der Reihe sein? Na, für Sie noch immer Schwester, Anne. Sie wird mich ablösen, wenn es dafür Zeit ist. Also, Sie verloren Ihren Job. Was passierte dann? Als ich meinen Job verloren hatte, war ich pleite. Ich konnte keinen Unterhalt mehr zahlen für Christine und die Kinder. Ich war abgebrannt. Jeder Idiot hätte das eingesehen, aber der verdammte Richter meinte, ich sollte mir einen neuen Job suchen. Er sagte, ich sollte so lange an meine Ersparnisse ran, um den Unterhalt zu zahlen. Ja, ich hatte was auf die hohe Kante gelegt. Aber das waren meine Ersparnisse. Wovon hätte ich denn bitte schön leben sollen? Alles richtig, Mr. Polter. Machen Sie weiter. Ja, wissen Sie, die Kinder, die waren nicht das Problem. Christine war das Problem. Gott, sie kriegte den Hals einfach nicht voll. Und sie hetzte dann auch noch ihren Anwalt auf mich. Sie waren hinter mir her, Christine und dieser verdammte Anwalt. Das ging so eine ganze Zeit, aber dann... Weiter weiß ich nicht. Sie machen Ihre Sache gut, Mr. Polter. Das ist gut so. Warten Sie bitte einen Augenblick. Na, wie sieht's aus? Ich glaube, er ist gleich soweit. Wie spät ist es? Ach, schon kurz vor elf. Der alte Deller hat das wirklich im Urin. Das muss man ihm lassen. Übernimm du. Ich geh umbringend den Bericht. Bleib hier und sieh zu, dass Potter keine Dummheiten macht. Nein, lass mich besser gehen. Na, komm schon. Du weißt doch, der Doktor will den Bericht von derjenigen, die bei ihm gesessen hat. Also los, rein mit dir. Mach schnell. Hallo, Anne. Na, wenn das keine Verbesserung ist. Warum bleiben Sie denn an der Tür stehen? Kommen Sie. Na, kommen Sie schon. Schwester Bränder hat mir gesagt, Sie wären nahe dran, sich an alles zu erinnern. An alles... Also, schick das Team seinen besten Spieler, um ihr ganz auf die Sprünge zu helfen. Ich glaube nicht, dass Sie noch viel Hilfe benötigen, Mr. Potter. Aber... Aber... Vielleicht eine kleine Aufmunterung. Bitte, Mr. Potter. Ich glaube nicht... Ich glaube doch. Dass du mich boppen nennen solltest, hm? Mir gefällt dir das, hm? Bitte. Na, komm. Mr. Potter. Komm. Komm. Na nun, Mr. Potter. Auf den Beinen? Gehen Sie wieder zurück ins Bett. Das wird Ihnen besser bekommen. Na, jetzt wohl nicht mehr. Schwester Bränder sagte mir, Sie hätten es fast geschafft. Ja. Ann und ich hätten es fast geschafft. Dann wollen wir uns mal das letzte Kapitel vornehmen. Sie nahmen es also Ihrer Frau übel, dass sie gerichtliche Schritte gegen Sie einleitete, nachdem Sie, Mr. Potter, Ihren Job verloren hatten. Ach, kommen Sie. Hören Sie endlich auf mit der alten Geschichte. Ich fühle mich wohl. Ich bin okay. Was, Ann? Doktor, kriegen Sie die Kleine etwa so locker hoch? Los, lass mich. Ich will runter. Ich will runter. Potter, bitte lassen Sie das, ja? Bitte. Okay, okay. Schon gut. Wollte Ihnen nur zeigen, dass ich wieder ganz am Deck bin. Aber... Warum und wieso ich hier gelandet bin, sollten Sie mir schon noch erzählen, bevor ich hier den Abflug mache. Ich dampfe nämlich bald ab. Verstehen Sie? Nur zu gut. Aber weshalb Sie hier sind, daran müssen Sie sich schon selbst erinnern. Das geht nicht anders. Also? Wir waren bei Ihrer Frau. Sie waren sauer auf Sie, weil sie Sie mit Ihrem Anwalt verfolgt hat. Ja, Himmel, Arsch. Ich war verdammt noch mal wütend. Ich hasste Sie beide. Aber es half nichts. Sie ließen nicht locker. Aber da fällt mir ein, eines Tages wurde mir klar, wie ich Sie loswerden könnte. Ganz einfach. Weiter, Mr. Potter. Machen Sie nur weiter. Nein. Mir fällt nichts mehr ein. Und ob Ihnen noch was einfällt? Nein. Hauen Sie ab. Hauen Sie ab und lassen Sie mich endlich in Ruhe. Das werde ich nicht tun, Mr. Potter. Das kann ich nicht tun. Mein Job ist es, Ihnen beim Erinnern zu helfen, bis Sie sich wirklich an alles erinnern. An alles. Verstehen Sie? Ich gehe mich gar nicht an alles erinnern. Das müssen Sie aber, Mr. Potter. Ob Sie wollen oder nicht. Denn nur wenn Sie Ihr volles Bewusstsein wiedererlangt haben, können wir Sie hier abdampfen lassen, wie Sie das nennen. Also, wie war das mit Ihrer Frau? Na? Hält Sie ihn ein? Da war doch noch was. Verdammt noch mal, nein! Oh doch, da war noch was. Sie erinnern sich doch, ich sehe es Ihren Augen an. Sie erinnern sich, wie Ihnen plötzlich klar wurde, wie Sie sie endgültig abschütteln könnten. Ihre einzige Chance, sich nicht länger von ihr ausnehmen zu lassen, war, sie zu töten. Nein, das ist nicht wahr! Doch. Aber Sie haben sie nicht nur allein getötet, das wäre zu offensichtlich gewesen. Man hätte sie sofort reingekriegt. Also... Aufhören! Hören Sie auf! Ich will einen Anwalt! Ich will einen Anwalt! Sie hatten doch schon einen Anwalt, Mr. Potter. Erinnern Sie sich denn nicht? Ja, verdammt, ja! Ich hatte einen Anwalt. Ich wurde angeklagt und dieser Anwalt hat mich miserabel verdreht. Nicht doch, Potter. Er hat sich für Sie eingesetzt. Er tat alles, was er konnte. Aber der Staatsanwalt hatte Beweise. Handfeste Beweise. Mordbeweise. Mordbeweise. Beweise? Hätten Sie den Eindruck, ein perverser Serienkiller sei am Werk gewesen. So wollten Sie den Verdacht von sich ablenken. Fui, Potter. Die Geschworenen sprachen Sie schuldig und verurteilten Sie zum Tod. Auf dem elektrischen Stuhl. Aber ich... Aber dann... Gentlemen, der Mann gehört Ihnen. Was wollen denn die? Die sollen mich nicht anfassen. Hey, beschützen Sie mich doch! Sie sind doch Arzt! Und ihr beiden seid Krankenschwestern! Oh, Verzeihung, Potter, aber da befinden Sie sich im Irrtum. Anne und Brenda sind hier Häftlinge, so wie Sie. Sie waren drogensüchtig und Sie schafften an. Also hat man Sie in Verwahrung genommen, die kleinen Nutten. Er lügt, Potter. Durch Ihre Arbeit in meinem Team verbessern Sie Ihre Aussichten auf eine vorzeitige Entlassung. Und Sie müssen sich nicht in der Küche oder in der Waschküche abplagen. Er lügt, Potter. Ich war keine Nutte. In diesem Staat herrscht heute Ordnung. Hier gibt es nicht mehr so lax zu, wie Sie es gewohnt waren, Potter. Zehn Jahre sind eben eine verdammt lange Zeit. Dieses Schwein! Schaffen Sie ihn fort! Das ist die Zusammenhänge! Für sowas ist jetzt keine Zeit. Aber Sie haben mich doch zurückgeholt, Doc! Ich war doch schon tot! Und Sie haben mich zurückgeholt! Warum denn? Warum? Glauben Sie etwa, dass Sie den Staat betrügen können? Sie wurden zum Tod verurteilt für jedes Ihrer Verbrechen, bei vollem Bewusstsein aller Ihrer Taten. Was soll denn diese Scheiße, was darf ich denn machen? Sie haben zehn Frauen auf dem Gewissen, Potter. Aber gebüßt haben Sie bislang nur für eine. Schaffen Sie ihn auf den Stuhl. Nein! Doktor! Nein! Nein! Auf baldiges Wiedersehen, Mr. Potter. Bei vollem Bewusstsein. Nein! Bei vollem Bewusstsein. Unter diesem Titel brachten wir ein Kriminalhörspiel von Jeremiah F. Healy. Das ist ein Kriminalhörspiel! warming Absch February einem Kriminalhörspiel både Vielen Dank.